Achtung und fünf, vier, drei, zwei. Hier im spanischen Salamanca hat Präsident Ashton mit führenden Staatsmännern aus fünf Kontinenten an einem neuen bahnbrechenden Bündnis gearbeitet. Leute, es reichen die Geschichte. Acht Fremde. Jeder mit einem anderen Blickwinkel. Jeder mit einem Stück des Puzzles. Auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde geschossen. Wir brauchen Ihre Kamera. In dem Fenster war war was. Ich habe auch was gesehen. Wir müssen reagieren. Sie können nichts befehlen. Auf sie wurde geschossen. Sie müssen uns sagen, was hier vor sich geht. Ich glaube, ich habe gesehen, wer es war. Der weiß etwas. Der Satellit steht, aber wir suchen fünf Personen unter sechs Millionen. Secret Service. Ich brauche Ihre Videobänder. Spulen Sie zurück. Oh mein Gott. Was hat er gesehen? Was haben Sie getan? Was haben Sie getan? Das Schöne an der amerikanischen Arroganz ist, dass Sie sich keine Welt vorstellen können, in der Sie nicht die Größten sind. Hier läuft noch etwas anderes ab. Uns funkt jemand dazwischen. Aufstehen! Dennis Quaid. Mein Partner verfolgt einen Zertächtigen. Matthew Fox. Aus dem Weg! Forrest Whitaker. Muss das nicht wahr sein? Mit Sigourney Weaver. Eine Spur vom Präsidenten. Und William Hurt. Wo ist er? Sie glauben, Sie können Ihren Augen drauf haben. Tun Sie es nicht. Los, los!